Moin Leute, es ist schon wieder Mittwoch und ich bin Student, aber behinderter Student. Ja, ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem Aschloch, mit der Show. Gio, was ist lang, breit und macht jede Frau glücklich? Lilane, ach ja, und dein Intro ist richtig gut. Ich denke, es ist kein Lilana, was du gesagt hast, sondern mein Glied. Damit habe ich schon meinen Hamster befriedigt, die Crew von Nachbarjöschen befriedigt, aber das war ein Fehler, ich habe meine Brille nicht gefunden. So einen Scheiß höre ich gar nicht, Digga. Ich brauche gar nicht mehr auf Behatert machen, hast du in den Kommentaren selbst schon getan? Schreib auf mein Tabletten. Karl Stifter, geil, kannst du mich im nächsten Video erwähnen, bin dein größter Fan, Daumen hoch, Daumen hoch. Digga, wer so lieb, schreib selbstverständlich, bis zum nächsten Video, Daumen hoch, für meine nächsten Videos verlange ich dann auch von dir, ich hoffe wir hören. Boss Hamburg, wenn ihr alle so toll seid, warum habt ihr so wenig Abos, Jörg hat genug, alle feiern ihn, fällt, nutzt das der Hamburger Boss Herz. Gut Digga, hab nur die Hälfte gelesen, weil ich nicht so viel Zeit habe, weil meine Rodex tickt, ich habe noch andere Termine, weil ich ja viele Abos habe und reicher Typ bin und so bosshaft unterwegs, weil Boss Hamburg. Digga, vielen Dank, lese ich mir nachher meine Ruhe durch und dann bis zum nächsten Kommentar. Semi-Otta! Digga, was würdest du tun, wenn du noch einen Tag zu leben hättest? 1.142 1.143 Komm schon nur 12 Stunden 1.144 Ach, scheiße man verzählt. Mir läuft die Zeit davon ey. Boss in Jahr auf Gamer. Ich wette ich komm ins nächste Video. Wette verloren. Schnick-Schneick-Schnuck Schnick-Schneick-Schneick Wieder verloren ich puste die alle weg Armin2105 Ey Gio, was für ein Wachs oder Gel benutzt du für deine Haare? Danke im Vorfeld, ansonsten richtig lustige Videos, mach weiter so. Digga, zu meinem Haargel, beziehungsweise Haarwachs ist das. Jeden Morgen dreimal schnell, einmal langsam, bis die Dose voll ist und dann, ja, eine halbe Stunde ins Tiefkühlfach. Schön auf dem Deckel lesen, damit keine Luft zirkuliert, weil Fachausdruck Student. Und dann nimmst du einfach deine Spermien, fügst sie in die Haare, beschleunigt den Haarwuchs. Lange Rede kommt so Sinn, ich bin wie Dr. Ward. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Mein Wachs, beziehungsweise den Link zu dem, findest du in der Infobox. Viel Spaß. Achso, Digga, und nur für Haare, ne? Nicht jetzt irgendwie, dass dein Eiermoll zusammengeklebt am Oberschenkel, ey. Nicht, dass du so zur Schule gehst, weil dein linkes Eier klebt, weißt du. Komm, Digga, hör auf zu lachen. Ole Krah. Gio, wenn du dieses Jahr 100.000 Abonnenten schaffst, dann musst du mit Uwe Falschern springen gehen. Mach ich auf jeden Fall, aber ich krieg einen Falschern, Uwe, nicht, weil er ist Flying, Uwe, verstehst du das? Den fand ich gut, den musst du mir merken. Wo ist mein Buch? TalentbremsenTV. Es ist wirklich eine blöde Angewohne, an den Nägel zu knabbern. Ich habe schon Hausverbot im Baumarkt. Gio, ich hab gehört, dass du grüne Lila anmalst. Und ich hab gehört von der Tante eines Verwandten, von dessen Nachbarn, da von der Bruder, dass du grüne frisst. Moridana Mara, beste Videos, mach weiter so. Haha, ich liebe es, wenn du so behindert machst. Ich muss echt immer tot lachen. XD, XD, bla bla bla. Dann nochmal für dich. Ich bin Captain Shakespeare. Und ihr seid alle homosexuelle Lutscher. Und ich bin die coolste Sau. Ja, Mara, ich komm. Es ist ja gut. Ich wünsche dir, ich stehe hier weg. Leute, vielen Dank fürs zu Ende gucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe hier, ich hoffe da. Och, Gott, wie dumm. Guck mal, jetzt schreibt mir noch meine Mutter. Diese dämliche Bitch. Nee, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wie immer. Ganz wichtig, folgt mir auf Instagram. Italiener22. Auf Facebook. Vielleicht nicht mal meine Comedy-Page-Seite liken. Jus Comedy-Page auf Facebook. Alles nochmal zu sehen jetzt. Der Link ist in der Beschreibung, beziehungsweise in der Infobox. Und wenn ihr mal Bock habt, im nächsten, klar soweit, als Russe, als, was weiß ich, Günther oder sonst immer, schreibt doch mal rein, wie ihr die nächste Folge haben wollt. Vielleicht können wir ja nochmal ein kleines Special machen. Und ansonsten sehen wir uns. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.